ARD Text im Auftrag von Funk Und so wie ich das eben gelesen habe, wird das sogar morgen im Panini Shop und noch irgendwo verlinkt Okay Gucken was dann noch kommt Boah, ist der Trick richtig für den Kirschen, geiler Baum Du hast dich gemerkt, ein bisschen wie schicht an du warst Ja ey, hallo Nicht ein bisschen, man hat das so gemerkt Neben Anja Mitter, hallo Das war süß Boah, ich höre das mit einer der besten Spielerinnen Ja, Jennifer Maruschal ist auch wirklich stark Sie war auch richtig lustig Aber eher so So innerlich hast du gedacht, wen pfandasche ich zuerst Ich weiß wen So, wen denn? Soll ich verraten? Nein Könnt ihr mal in den Chat schreiben, was die Leute glauben Genau, wen fandet ihr am süßesten von den drei Spielerfrauen Von den dreien? Ja, von den dreien, die da waren Echt? Du Anja? Ja Okay Also ich würde mich eher zwischen den anderen beiden entscheiden Halt Du stellst gerade eine Frage und dann verrätst du schon was Das ist drei Sekunden für Zöger, die haben doch das ganze Spiel geschrieben Warte mal, warte mal, ich glaube ich weiß Weil du hast gesagt Nicht sagen Eigentlich stehst du ja nicht so auf Blondinen Hast du mal gesagt? Ja Hier steht Sarah Hallo Isan, moin Wer geht das Spiel verlassen? Ja, es ist ein Uhr Mich wundert, dass es zu spät ist Ich habe schon so ein Feeling, als wäre es vier oder fünf Ja Ja, so viel geschafft Oh Gucken wir, was die Alph nicht anschauen Ja, keiner Ah, Epic-Gamer, so wie ich Alph kenne alle drei Keiner Schreibt Jenny Wieso keiner? Hä? Niemand ist so als meine Freundin Ah, Julian ist jetzt voll im siebten Himmel Julian wollt hier? Mhm Puch Julian ist doch mein Mod, der muss doch hier sein Oh nein, jetzt komme ich da nicht dran Scheiße Ja, schön, wenn man frisch verliebt ist, ne? Jetzt muss ich mich da runterbuddeln Wenn ich da dran komme Guck mal Is, löse auf Genau, löse auf Sarah halt, ne? Ja Du, du, äh, Sascha, wo ist denn deine Brücke? Es ist zwei Uhr Ich würde wahrscheinlich alles bauen Achso Weil irgendwie funktioniert das noch nicht, wie ich mir das gerade vorstelle So, ich glaube hier mache ich jetzt Holz Ich habe mein Holz Ich habe mein Holz Boop Ja, ich bin auf dem Weg, ich habe jetzt noch Bambus, ne? Tansi Hm Man könnte auch Bambus nehmen Eigentlich ganz gute Idee Wir haben richtig viele 64er Sticks Ich glaube, ich nehme das Bambus hier Der, die, das Der, die, das, die Bambusart Die, das, was, das, die, das Ja 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 Das sieht schön Schlecht aus Meine Güte, ich treffe die Mütte nicht Jetzt so Hm Tansi ist so hohn Einsicht ist ein Weg zur Besserung Ja, auf jeden Fall Gute Nacht Du musst um drei aufstehen Echt? Jetzt Jonas gekocht Eine Stunde schlafen ist ein bisschen blöd Echt? Eine Stunde bringt nichts Du brauchst eine Zeitspanne von mindestens drei Stunden Ja, damit du tief schlafen hast Ja, damit du mit der Körper ausgelöst Einfach lächerlich Ja, wenn du nicht in die, wenn du nicht in die Remphase kommst, dann musst du keine, irgendwo nicht meine Hausarbeit übergeschrieben Ey, der Finchi Nääääää Finchi Finchi Hallo Finchi Nein Finchi So später, wach oder hast du wieder Nachtschicht auf der Arbeit hier Oder Frühschicht Nein, da fliegt er da hinten hinten Pass mal Man sagt ja auch, eigentlich im Alter schläft man mehr, aber das stimmt gar nicht Nee, man ist die alten Leute Ja Das ist doch die senile Bettflucht Ja, eigentlich also Finchi hat Urlaub Nachtschwärmer Also im Jungalter, sag mal bis 30, 35, hast du mindestens acht Stunden, die du brauchst Mhm Dann, dann reduziert sich das schon auf sechs Stunden und dann wird es mal weniger Hallo Jonas Aber sechs Stunden Schlaf ist dann so bei den älteren Leuten auf jeden Fall Hallo Kenka HD Wo ist Mod Links? Äh, ach so, ich hab die Links zu den beiden Mods hab ich nicht reingeschrieben bei mir Ich hab nur geschrieben welche wir haben und das andere ist live in the woods Habe ich auch nicht reingeschrieben Toll ne? Lass du nicht Also Ich hatte keinen Link dazu, weil ich den hab's direkt von Sascha geschickt bekommen Oh, das ist süß wie Zucker Also auf jeden Fall wird gleich ne Psychostunde kommen Hallo Mr. Banana Hahahaha Wie viel Über haben wir? Der Julian kommt Der Julian kommt, okay Hallo Hammo Ja und äh, meine Freunde Sokka Whirlpool Wir müssen noch einen Whirlpool bauen Ey Sky, du bist auch noch da hier, fragt das Skywalker Julian kommt gleich, okay Too much info Julian, too much info Sag mal Er holt sich während der Remphasen Remphasen zum Anfang vom Tiefschlaf Wieso? Was hab ich doch gesagt? Wenig Gold in dieser Mine hier Ah oh Er holt sich während der Rem-Schlafphasen Hab ich gesagt So, das ist eigentlich cool Eigentlich könnte man auch das andere gucken Nachti Wer geht der? Weiß ich nicht Irgendjemand schreibt Nachti Achso Ah hier bin ich hier, okay Hast du noch diesen Bambus hier? Ich hab alle 8 Bambussorten in den Thron Nicht du, sondern Jackie Hast du noch welchen von diesem Helm Bambus gehabt? Ne Der Weg ist immer so weit Ja, damit hat Niklas recht, aber das sind die ersten 3 Stunden wie gesagt Du hast ja mehrere Remphasen geschlaft Ja, aber die ersten 3 sind so die Also du brauchst mindestens 3 Stunden um da zu sein Um da zu sein Hi, bin da, hallo, hallo Deswegen fühlt man sich ja nach einer Stunde immer noch so Matsch Ja Nach der zweiten auch Ja Oh Was? Nein! Was? Was passiert? Was passiert? Hä? Stopp Was passiert? Weiß nicht Spiel ist klein geworden Achso, da Windows Werbung Oh 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 Egal Stürme, ich lass das okay Ich bin doch total selten hier Ja, Finchi Viel zu selten, lächerlich Finchi, du bist nie da Bei mir jedenfalls auch nicht Oh, ich hab nen Sattel Cool Brauchst du gar nicht Gib her Sonsi Ja Dass ich um 5.30 Uhr jetzt ausstehen muss Weil ich um 6 Uhr los muss Das ist ja total gut Ja, das ist total Total super Glückwunsch Ja Ja Deswegen mag ich Spätdienst Ja, ich auch Bist einfach ausgeschlafen Ja Und so Kannst länger wach bleiben Aber du hast halt nichts vom Tag, ne Oh Verzaubertes Buch Schwarzpulver Was mach ich mit Schwarzpulver Halbplatte, ich hab ne Scheinplatte gefunden Nein Morgen kann ich dann wieder andere abklatschen Finchi, hab ich doch schon oft gesagt Wir müssen unbedingt wieder FIFA aufnehmen Die Leute fragen schon immer Wann spielst du wieder gegen Finchi FIFA No joke, crew sorry Sonsi Ja, bitte Morgen kann ich dann wieder Anna bei der Arbeit abklatschen Toll Abklatschen? Äh, da sehen wir uns Ja, sie ist immer ne halbe Stunde früher da Ah, okay Und dann sehen wir uns ne halbe Stunde Und dann geh ich nach Hause Und sie hat Spätdienst Ah, okay Ja Es ist lustig, wenn sie Nachtschicht hat Wieso ist das lustig? Wenn ich oder sie Nachtschicht hat Haben Also ich hab oder sie hat, ne Ja Und sie hat jetzt zum Beispiel früh Dann, äh, komm ich frühs, wenn sie geht Und ich gehe, wenn sie kommt Fast, fast Also sie ist ein paar Stunden da Aber ich schlaf ja dann Ja, das ist eh so kacke, ne Wenn der eine dann schläft Ja Ja, aber Nachtschicht hast du zehn Stunden Boah Ja, und da, ähm Aber ihr könnt doch theoretisch auch mal zusammenarbeiten Oder geht das nicht? Ja, also wir sind auch verschiedene Stockwerken Toll Aber manchmal doch zusammen, also je nachdem wie man halt grad gebraucht wird Weil, manchmal wird man auch hoch oder runter geschickt und dann, ja Es ist halt so Personalmangel Was? Bin ich hier? Ich muss mir irgendwas setzen Alter Und das ist richtig gruselig Weil alles dunkel ist Und die Flügel und sowas sind ja mit, mit so Wie heißt das? Bewegungsmetter Mhm Und das ist richtig gruselig da Alles dunkel ist, du sitzt in deinem Schwesternzimmer Jeder, der Horrorfilme geguckt hat, kennt das Ja, ja Was? Hervorragend Dann kommt dann jemand rausgelaufen aus seinem Zimmer und schleift den Füßen Oh Gott Ja, ja Na Wie war das? Ich muss gleich alleine arbeiten Oh, oh Hm? Ich muss jetzt gleich alleine arbeiten Nee Nein Ich doch nicht Bei Nachtschicht ist es nur so Bei Nachtschicht sind es im ganzen Haus nur drei Leute Eine, eine Fachkraft und zwei Helfer Auf den drei Stockwerken So gruselig ey Das heißt, da ist jeder halt auf einem Stockwerk Boah Und die Fachkraft ist halt für alle drei Stockwerke verantwortlich Falls irgendwas passiert Okay Hm, eigentlich wäre es viel cooler, wenn man hier das durchsichtigt Oh, meine neue Brücke ist fertig Stopp Fenschi, da du Urlaub hast, wann kannst du denn? Nein! Ups Scheiß Ja, Dani, du hast Humm in den Hintern Ich wünsche dir, lass mal mit den Frauen spielen Deutschland, Italien Ja Ja Oh, oh, oh Oha Warum fällt's hier denn runter? Ich wollte das wieder aufheben Ja, aber Ja, aber Wo bin ich hier? Ja, ich hab so ne fette Leiter gemacht und fall die auch noch runter Aber wie ist die grad am Street? Ja so vorwärts, ne so Ohah Mit Kopf zuerst Also, heute ist's eh ja voll stich Ihr seid eigentlich heute alle voll ruhig, ne? Aber ich find's lustig Ohhhh Leute, ich bin in der Mine Ja? Wie wir da auch schon mal zusammen gefunden haben. Ehrlich? Ja. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo ich hier zurückkomme. Oh-oh. Ich glaub hier. Oder? Oh-oh. Oh-oh. Gute Nacht, watch me. Schlaf schön. Dankeschön nochmal für die Spende. Finchi schreibt, ja können wir machen, wann? Alf. Äh, wo siehst du das denn? Ja, hier in deinem Chat. Achso, da können wir machen, wann? Joa, ich hab... Hab ich was Swords ansehen? Nö, ne? Ähm... Dein Ernst? Dein Ernst? Was hast du denn? Ich hab keine Ahnung. Fieses Ding. Was? Fieses Ding? Fieses Ding hat er gesagt, was machst du denn, fieses Ding? Ja. Alter Schede, ey. Wenn ich jetzt da wäre, ich würde mein Furz ins Gesicht klatschen. Hahaha. Ey, komm mal Natja. Hi. Oh. Natja unthält dich mit dem Aufpasser. Hiiii. Jetzt hab ich sie gestört. Vielleicht haben sie sich verliebt. Ja, wann kann ich? Äh... Ich hab Zeit. Alf ist ein Businessman, der hat Zeit. Ja. Okay, Zanzi, Klimbrett raus. Ja, was? Guck mal in der Eingangshalle. Eingangshalle? Hahaha, Klimbrett raus. Der hier ist, der ist. Achso. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Psychiater-Sunde. Ihre Erste, Mutterfrau Zanzara, wird sie gleich im Empfang nehmen. Hahaha. Hahaha. Da freut er sich. Ja, sag mal Hallo Julian. Hallo. Hallo, ich bin da. Ah, ich habe noch ganz viel verraten. Darin. Darin. Rob. Hallo. Achso, morgen haben wir später auf Deutschland. Wir sind auf einem Privatzimmer. Genau, wir sind auf einem Privatzimmer. Sascha, er denkt wahrscheinlich so, ja wirklich jetzt? Okay, ja. Freust du dich schon, Julian, ne? Boah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Der hat immer keine Zeit mehr, der sitzt immer mit seiner Perle unterwegs. Der muss immer mit ihr, mit ihr mal zu einer Fotografie aufstehen. Wir müssen Julian wieder entmodden. Der hat keine Zeit mehr. Der hat keine Zeit mehr. Der kümmert sich nicht mehr um uns. Nee, wir sind nur auf Nummer 2 jetzt. Ich muss einen Keks essen. Mit deiner Michelle. Keine Beziehung, immer noch. Ja, mit der ist scheife. Ich finde die Brücke voll geil. Sie heißt zwar nicht Michelle, aber gut. Okay, war das nicht Michelle? Wie geht's gut denn? Nein, das ist nicht Michelle. Wie heißt sie denn jetzt? Jude heißt sie. Hä? Ne, Gina. Was? Gina. Gina? Achso, ich denk Jude. Dreck hier. Und als Freundin heißt Bambus oder was? Ja, ich liebe Bambus. Leitung. Leitung. Alph Finschi schreibt, schreib mir mal über Whatsapp. Ja, ich schreib über Whatsapp. Ja. Dann vergisst Alph sowieso wieder. Nee, das vergisst er nicht. Ja, er hat doch bis jetzt auch schon veressen hier die Regen mit dem Typen. Also ganz schnell, ey. Hm. Warum lacht ich so? Kann ich mehr. Woosa. 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 War ich hier schon? Komm ich von hier? Oh scheiße. Ich weiß das alles nicht mehr. Ich glaub hier muss ich zurück, oder? Ah. Ah. Ich hab immer Hunger. Bei deinen Streams. Echt. Ja, ich hab auch Hunger, ey. Ich kann nur fressen. Ich hab auch Hunger. Du bist selber Hunger bei meinem Stream. Minecraft macht Hunger. Das ganze Bambus. Scheinbar. So. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das hier am besten machen. Oh. Oh. Hat der irgendjemand was mitbekommen wegen Frauen-EMW? Wie haben die heute gespielt? Hollander 1-0 gewonnen. Dänemark glaub ich auch. Alf. Ja. Ich hoffe du hast noch die alten. Hab ich gesehen. Stark Checky. Achso. Ich guck bei dir mit. Jetzt bin ich wieder bei dir. Stark Checky. Ja. Er hat das gesagt? Ja. Ja. Genau. Zanzi. Genau. Wer hat das gefragt? Genau. Ja. So. Ich hab jetzt ne Test-Whats-App verschickt. Ich hab mich verlaufen und holt mich hier raus. Wo bist du denn? Ja in der Mine. Ja und ich bin hier. Ja ich bin hier. Ja ich bin hier. Und hier. Und hier. Und hier. Wie kann ich mir am besten in der Mine einen Weg legen, dass ich da auf jeden Fall zurückfinde. Mit Fackeln. Wie es Kronk macht. Entweder auf die rechte oder auf die linke Seite. Wie es Kronk macht. Ja ist am besten. Ich muss bis nachdem. Okay ich muss bis nachdem. Geht sofort Zanzi. Herz wieder raus. Auf. Ja und das ist Kronk. Ja genau. Ja. Ja. Oh Lochensattel. Ich hab drei Sattel. Oh. Diamant. Warte mal da hab ich ne ganz geile Idee. Warte mal. Oh shit. Es gibt ja gar keine. Alf. Finschi schreibt. Klappt noch. Ja hab ich gesehen. Stark. Was quietscht die da so? Ähm. Ja die macht wieder irgendwas kaputt. Nein jetzt hab ich wieder so. Oh. Mua. Mua. Voll ey. Was da sieht man hier da. Scheiß Stein. Scheiß Stein. Äh. Scheibenkleister aber auch. Äh. Äh. Sooo. So. Und auch nicht. Nein. Oh nein. Toll. Tschüss Finschi. Tschüss Finschi. Tschüss Finschi. Tschüss. Ja. So ungefähr wie ich's gedacht. Okay. Ich bin echt gespannt ob das gut aussehen wird. Laufferien. Ah. Oh. Oh. Genau so. Ja. Ja. Sie streamen so lange wie sie wollen. Hat jemand ein Snickers? Wirst du sonst zur Diva? Ah. Upp, 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 Ruhlpuhl, schreiben wir mal nach, Ruhlpuhl. Hallo Bacon Brothers. Ein bisschen noch, also ich bin eigentlich noch fit und ich habe immer noch so viel Lust. Ja, ein bisschen noch, ne? Ja, ein bisschen noch. Jetzt muss ich gleich mal wieder hier mit dem Deko fahren. Jep, hey. Jep, 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 jep. Nein, das reicht genau nicht. Ich kriege die Käse. Ich glaube, das sieht ganz süß aus. Kurz Pause, Zähneputzen, okay. Kannst du meine bitte mitnehmen? Das wäre schön, wenn das gehen würde. Nein, stop, 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 stop. Nein, stop, 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 stop. Ja. Hallo der Grüntee. Hallo? Was? Ach, hallo der Grüntee! Und ja, ich bin gar nicht so der Fan von irgendwelchen speziellen Textur-Packs bisher gewesen, deswegen hab ich keins. Das reicht doch nie im Leben! Okay. Das jetzt reicht, weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall noch Sticks. Okay, ein Stack. Okay, ein Stack. Reicht das jetzt? Ja. Wenn ich sitze, wie kann ich wieder aufstehen? Toll. Shift. Was? Shift. Ah, danke. Und wie setze ich mich wieder hin? Rechtsklick. Wieso schreibt der Richard jetzt hier rein, FC Bayern München? Ja, weil... Insofern braucht man es nicht downloaden, weil es ist ja fein. Kein Textur-Pack. Wir hatten 24 Stunden streamen. Vier Stunden, okay, ja. Vier. Wir sind schon sechs dabei. Irgendwie wird das aus Versehen immer ein bisschen lang. Uff. Gestern war es, ähm... War es gestern? Ne, vorgestern, ne? Sieben Stunden... Sieben Stunden zehn oder so. Am Freitag ist... Nee, Donnerstag war das, oder? Was, Donnerstag? Ich glaube, Donnerstag. Kann sein, oder? Ja... Ja... Das ist ein Vogel, ey. Der kann mich mal damit verpissen. Hey! Was denn? Ja, komm mal, so was schreibt man doch nicht, wenn man hier ja völlig schon in den Stream reinkommt. Sieben, was hat er geschrieben? Warte... Du bist schlecht, ja. Guck mal dein Profilbild an, Vogel, du. Ey! Was sagt man doch nicht? Jugend von heute, ey. Kein... Kein... Echt, ey. Kein Echt? Er hat doch gar nichts gesehen. Was los? Hä? Warte mal, wird da irgendwas... Keine drei Haare haben, sag aber, wir werden schon dicke Eier haben. Na ja. Ey, was ist das denn? Oh, meiner! Nee, das war alles das so geil. Cool! Ey, wo geht der hin? Der soll hierbleiben. Ja, der passt auf dich auf. Cool. Cool. Nein, wir haben nicht alles gefarbt, wir sind im Creative, weißt du. Genau. Hä? Achso. Ich hab alles gefahren. Ich auch. Ah ja. Hä? Ja. Ja, du kannst dich mal direkt verpissen. Zanzi hat jetzt ihren eigenen Boy. Sunny Boy Gronkh. Ah, Street Vlogger, Alter. Ey. Jetzt gucke ich mir mal den Kanal von ihm an. Mal gucken, ob man Videos drauf hat. Ich muss so lachen gerade. Ach du Scheiße. Nee. Von wem? Street Vlogger. Ja. Äh. Crankfeil. Jetzt gucke ich doch mal auf. Sascha. Was ist das jetzt? Crankfeil, mal gucken, weil der für Boston ist. Nee. Alter. Ich hab die Friesen. Nein. Hä? Achso, nee. Quatsch. Das war verkehrt. Sascha am eskalieren. Warte, ich will dir die Stimme machen. Nein, Mann! Warum geht das nicht? Ich sag ja, keine drei Haare am Sack, aber große Fresse haben, Alter. Geil, ey. Meistens so, oder? Boah. Digga, der klingt für ein zehnjähriges Mädel. Ach. Guck mal meine letzte Nachricht, bitte. Ähm. Ich bin ja auch erst 13 und hab heute schon zwei Streams gemacht. Okay. Jetzt haben wir hier das Superkommando. Oh, ey. Mit 13 darfst du doch keinen YouTube machen, aber ich hab mir nicht gesagt. Jetzt gegen halb drei kommen sie alle, ey. Oh, Mann, oh. Krieg die Krise, ey. Was, wer will hier mit 13 YouTube machen? Ist hier noch ein Mädels Single, Alter? Sehen wir aus wie eine Single-Börse hier, oder was? Yeah. Das ist Single-Börse. Sieht das sehr blöd aus, wenn ich das so mache. Das ist jetzt so geil geil. Mega geil. Das sieht gar nicht mal so dumm aus. Ja, wir haben alle selber gefarmt. Ja. Hui. Wir spielen ja auch schon ein bisschen länger, ne? Oh mein Gott. Ich hab jetzt mal bei dem Typen da geguckt, ne? Nein, da ist er weg. Videos kann man sich ja gar nicht geben. Das stimmt, ey. Alter. Hab ich doch gerade schon gesagt. Oh mein Gott. Das übertrifft David Pulma. Hallo. Hallo der Hater. Es stimmt. Da kann man bei David Pulma vorbeigucken. Vielleicht kriegt er dann auch 50 Abos von ihm. Monty ist der Weste. Ja, aber... Kann man sein, dass er sich die Haare blondiert hat? Ja. Ach du Scheiße, ey. Da ist ein Parktop gefallen. Pfff. So, mal gucken. So wollte ich das natürlich nicht haben. Ach, Bottia hat ein neues Bild. Das war dann gleich auch schnell. Oh, das ist auch nicht schlecht. Biba, Bottia. Hi, Bulex. Hadi. Hoffentlich komme ich mit den sechsten... Ah, ich brauche noch mehr. Ich glaube, das könnte man so... Nein, man kann leider nicht... Was ist das denn? Was macht der denn für Geräusche? Uh. Wer? Ich? Komm. Uh, 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 uh. Du? Ah, ich brauche noch mehr. Okay. Ja, der macht ein Stöhnen-Geräusch, aber ich konnte sich auch männlich stellen. Äh. 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 Alter. Kannst du auch nicht stellen. Was denn? Hallo Gamer. Äh, Gamer XD lol. Ne, leider nicht so einfach. Weil wir ein paar höhere Anforderungen haben, wenn ihr mitmachen wollt. Erstmal lass uns das besser kennen, länger kennen. Und dann braucht ihr TS, dann braucht ihr Minecraft. Müsst auch wissen, wie ihr das alles bedient. Und... Müsst auch wissen, wie ihr auf dem Störner draufkommt und so. Das war dann etwas problematisch. Äh. Äh. Die letzten Male. Nice. Was? Nein. Nein. Ich meine hier dieser... Wie heißt der? Warte. Ist der gerade bei mir? Terrio. WP. Er siehst, es ist hier ein Mädchen-Single und jetzt fragt er es ein Kerl-Single. Wie ein Kerl-Single. Sag mal, das ist keine Partnerbesuch-Börse hier. Nicht? Ach. Ja. Na doch. Ich fang schon mal an das Bett in die Tür füllen, okay? Das geht ja. Sonsi. Ja, okay. Ja, okay. Dann wenn mir was einfällt. Warte mal. Warte mal. Oh, was ist denn? Das ist schon eine Facke. Wohin? Wollten wir nicht... Achso. Sonsi, kannst du mal bitte den Tim grüßen? Ich grüße den Tim. Mach mal hier so ein Viereck, bitte. Bitte was? Ja, damit ich Wasser nicht erneut hin und her rennen muss. Ey. Warte. Jetzt werde ich dir so gekritisiert, ey. Lägerig. Darf man nicht. Darf man nicht. Da. Nein, Leon, sie sind nicht zusammen. Nein! Wer ist zusammen? Du und Sonsi. Ah. 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 Hallo, LP Patrick. Ihr klingt sehr oft genervt. Ihr solltet mehr Frühigkeit in den Stream packen. die Kritik an den Herren in den Kommentaren vorliest. Trotzdem habe ich Spaß. Schön, danke. Ich bin überhaupt nicht schlecht gelaunt. Ich auch nicht. Ich bin nie schlecht gelaunt. Ne. Nein, sie wollen nicht zusammen. Sie wollen nur noch sehr arbeiten. Das meint er. Nein, sie wollen nicht zusammen. Hallo, Julian. Was ist denn los? Leiderlich. Wir haben 2,25. Warte, warte. Warte. Irgendwas tut er mit dir nicht. Was macht man bei Minecraft? Erzähl mal jetzt. Die Freundin und so. Warte, warte. Nein. Was macht man bei Minecraft? Ist das wie Lego? Im Prinzip ist das tatsächlich so ein bisschen wie Lego. Also man hat Blöcke und man kann eigentlich alles bauen, was man will. Jetzt ist es sogar noch besser als Lego, weil... Oh, was ist das denn hier? Hey, eine Drachenfrucht. Weil wir sogar so eine Deko-Craft-Mod hier haben. Guck mal. Das ist jetzt nicht mal mehr ein Block, sondern das ist ein richtig geiler Stuhl mittlerweile. So ein Sonnenschirm. Man kann alles bauen mittlerweile. Das ist so cool. Gute Nacht, Nadja. Ah, die Nacht, der geht. Gute Nacht, Nadja. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank wieder fürs helfen und mitmachen und modden und so natürlich. Schlaf gut. Seht ihr, seht ihr? Warte. Seht ihr die Kritik ging nicht an mich? Schreibt der Garten. Hä? Ich bin der Einzige, der eigentlich die Kommentare hieß. Nein, ging ja auch nicht an dich. Er meint mich. Achso. Oder meint er mich? Nein, er meint nicht. Er wird ja oft hier für ein Kerl gehalten. Der Julian, ne? Ja. Na, ne, der... Naja. Naja. Was sagst du zum Abo? Äh, wie genau meinst du das? Was soll ich dazu sagen? Wenn man meine Videos... Bitte nur abonnieren, wenn ihr sie auch guckt. Genau. Wenn man meine Videos gucken möchte, kann man mich natürlich gerne abonnieren, weil dann kriegt man ja auch mit, wenn ich streame und sowas. Ähm, aber... Wenn man eh keine Lust hat, irgendwie nochmal vorbeizukommen, dann brauch ich das auch nicht machen. Äh, Zanzel, nochmal alles Gute zu 2k Abos, ne? Danke! Ja, Zanzel, hup, hup. Ging so schnell einfach vorbei, ne? Plopp. Ja. Ja. Jetzt kommt hier Road to 3k auf Zanzel am Zoppen. Ja, stimmt. Ich hatte ja überlegt, mal so eine Streamingwoche oder so zu machen. Oh ja. Ich bin aber... Boah, sag ich ja schon lange. Vielleicht hab ich schon da auch. Jeden Tag. Aber das Problem ist... Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Eine Streamingwoche halt, ne? Ach, geil. Streams vorbei ist es bis 6.01. Ja, das ist ja das Problem. Dann geht's um 8. Normaler. Ja, aber dann musst du wirklich dann auch, dann wirklich konsequent sein, musst du sagen, okay, um 12 ist Schluss. Ja, ich muss dann halt früher aufhören, ne? Ja. Äh, eins geht um. Naaah. Das ist Vanilla. Ja. Naaah. Und zum Schluss hat sie 24er raus. Hallo, Doktor Hackfilm. Oh nein. Ne, am Schluss hab ich sicherlich gar nicht noch hinten dran 24er raus. Naaah. Naaah. Ich stell mir vor, so... Zanzel mit 24er machen wir den Ball. Ja, hast du richtig gehört. Zanzel mit dem Kopf so mitten auf die Tasse halt so... Pfff. Pfff. Endlich. Gönn ich mehr. Vorbei! Ach, 24er ist leicht. Mal ja auch. Zanzel studiert. Für mich ist das nicht leicht. Und arbeitet als, äh, 12jähriger. Keiner weiß es. Ja. Great mystery. Arbeitet als 12jähriger hier... Wie heißt die Ecke da in Hamburg? Hallo, Doktor Hackfleisch. Äh, was ist denn? Ah, der ist bei mir auch gerade gewesen. Doktor Hackfleisch. Äh, Hamburg. Was ist denn das? Pfff. Was ist was, Mann? Nee, wer verlangt hier Eintritt? Wofür denn Eintritt? Ich verlange keinen Eintritt. Zanzel ist 12. Pfff. Doch, wer, wer mitspielen will, muss 500 Euro bezahlen. Hört jetzt auf, so was immer zu sagen. Ah! Nein! Mano. Für mich war ne Streamingwoche, keinen soll ich streamen eh jeden Tag. Zanzi! Ja, was? Bückenfeld, äh, das Bückenfeld nicht. Das Bückenfeld wärs, was? Jeden Tag streamen, ist doch scheißegal, Alter. Was? Jackie, was willst du von mir? Bückenfeld. Das Bückenfeld ist so schwer. Ich bin, ich bin zu alt. Was? Das Bückenfeld ist so. Sieht gut aus. Das Bückenfeld ist schwer. Das Bückenfeld fällt mir schwer. Das Bückenfeld fällt mir schwer. Oh, Jackie, ey. Oh, ich hab's so. Oh, ich hab's so. Oh, ich hab's auch nicht. Oh, dann geh doch was essen. Oh, meine Mutter, Ben. Ja, meine Freundin. Ja, dann hör auf rumzuholen. Oh, meine Freundin. Ja, schlimm, ey. Oh, jetzt kommt Sascha am Eskalieren. Moin Philipp, gerüstet gegen zurück. Oh, immer diese Weiber hier. Oh, Philipp. Grüße, Ausschau. Schmaunbreik. Ich bin weit. Nein, das wird schon wieder nix. Naja. Ob du da unten wirklich was hängen hast, das bezweifle ich manchmal. Ah! So ein Kack. Ich will dazu jetzt nichts sagen. Wie war das letztens? Jungfrau? Hey, lass in Ruhe. Wie sie sich so rumgedruckst hat. Oh Gott. Wer ist Jungfrau? Dr. Heilfischzern. Jungfrau, männlich, 40, sucht. Gibt's doch den Film, ne? Ja. Ja, der ist geil. Nur der FCM. Ja, welcher FCM? Es gibt mehr FCMs. Ich glaube, ich gehe zu Dr. Hoffleisch und grill ihn. Ist Dennis schon schlafen? Ja, Dennis geht um 10 schlafen. Aber wenn er seinen Namen hört, ist er ganz schnell wieder wach. Oh, 10 hat er sich gesteigert. Früher war es immer 9. Ja, er hat sich ein bisschen gesteigert. Aber nur ein bisschen. Früher hieß es sogar zwei Hände. Wie alt seid ihr? Das ist schon wieder die Frage. Wie alt seid ihr denn so? So alt wie du nicht bist, so. Also der Sascha, der ist 31. Becky ist 50. Sascha ist der älteste von uns. Ja, nee, der ist 33. Nee, du bist der älteste. Ja, ich bin 27. Der Julian, der ist 17. Die Zanzi ist 12. Die Zanzi ist 12. Die Zanzi ist 12. Die Zanzi ist 7 mal 12. Ich bin das Küken. Was? Ich habe gehört, letztens. Bist du 85? Ja. Alter. 85 ist auf jeden Fall mein Alter. Ja. Sie ist 7 mal 12. Genau. Ja, das ist schön.